Guten Morgen, es ist Sonntag und ich bin hier immer noch im Hotel Radisson Blu in Rostock. Und ich habe dir gerade ein Omelett bestellt. Hier kann man nämlich Omelett selbst machen. Finde ich ganz toll. Mein tolles Omelett und natürlich ein Latte Macchiato und dieser super leckere, frisch gepresste Saft. Heute ist endlich mal das Wetter schön. So nach einem schönen Tag in Rostock sind wir jetzt endlich wieder zu Hause und ich habe gerade beim Chinesen hier Bratreis mit Cashewcan und Hühnerfleisch geholt und ein paar Krabbenchips und so weiter. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020